Herzlich Willkommen wieder bei Österreich auf Reisen. Wir befinden uns auf Reisen oder auf Reisen, was auch immer. Wir befinden uns wieder in der Poolbar-Gegend. Unschwert zu erkennen. Immer noch in Ibiza. Auf Ibiza, nicht in Ibiza. Wir sind ja in San Antonio. Mädels gibt es mittlerweile einige. Bisschen Brüder sind schon die Insel zu tun. Einige müssen wir zugeben. Inselarten ziemlich viele. Ja, wahrscheinlich weil Vollmond ist. Deshalb wird das der Grund sein. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir braten. Ja! Und wenn in der Sonne ist noch auch wurscht. Schönen guten Abend. Viel Spaß in Österreich. 3, 2, 1. Pussy!